Oh Mann, das war einer von Averys Leuten. Tote reden nicht mehr. Und hier geht's nicht weiter, verdammt. Hm. Hm, 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 weil irgendwo muss es ja einen Weg geben, ne? Das haben wir uns noch einig, weil das geht ja nicht. Wahrscheinlich irgendwo, wo ich es übersehen habe gerade. Wir laufen ja bestimmt noch ein paar Mal hier im Kreis. Da finden wir schon noch was. Tja, hier, hier geht's auch noch hoch. Achso, ich dachte Piraten gegen Shoreline. Wäre komisch, aber hey, warum nicht? Da ist nix, dann. Geht es weiter? Schauen wir mal, was da drauf steht. Lieutenant Barton, Avery... Avery bereitet in diesem Moment seine Flucht vor. Wenn wir zulassen, dass er diese Ufer verlässt, wird er sicherlich verschwinden. Gemeinsam mit unserem Schatz. Dieser Generalschlüssel öffnet die Tore in den Tiefen seiner Tunnel. Aber seid achtsam, Lieutenant. Er wird zweifelsohne erwarten, dass wir ihn verfolgen. Während ihr und eure Männer die Tunnel durchkämmen, werde ich ein kleines Kommando durch das Tal führen, um ihm den Fluchtweg abzuschneiden. Falls Gott uns einen Sieg ergewährt, werden wir morgen bei Sonnenaufgang wieder Piraten sein. Wir werden wieder zu unbekannten Häfen segeln, mit dem Schatz in unserem Besitz, dem Wind in unseren Segeln und der Freiheit zu leben, wie es uns beliebt. Viel Glück. Kapitän Thomas II. Wer? Death to those who stay from the path. Who stay? Who stay? Genau. Tod denen, die vom Weg abkommen. Okay. Das ist wohl nicht unwichtig. Das sollten wir dann mal vielleicht uns nicht vergessen lassen. Ich weiß nicht, ist das hier noch egal? Keine Ahnung. Ach, Mann. Hey, was geht? Ah, ja. Das ist einfach nur der Weg. Okay. Oh, nö. Jetzt bin ich tot. Kann man die nicht irgendwie anders auslösen, also ohne, dass man da immer die ganze Zeit vorbeilatschen muss, ey? Ich könnte die Waffe auch nicht nehmen, ne? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin okay. Jetzt können auch alle explodieren. Ah, ist hier ein neun... Nee. Nee, 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 nee. Da bin ich schon lang gelaufen. Äh, die müssten theoretisch noch explodieren, beziehungsweise die da. Oh, 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 oh Du 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 auuuu Gut für mich ist das zu weit weg, nämlich trifft das nicht mehr Peng Puff Ja gut, die sind mir jetzt egal, aber nicht die Stunde, ne? Das ist cool, man Man sieht halt echt wenig, ne? Und was soll dieses... Er hatte wohl einige Probleme damit, ja Nein! Nein! Au! Au! Heilige Scheiße! Was ist denn los mit dem Typen gewesen? Ist der verrückt? Meine Güte du! Was hier? Ah Was haben wir denn da? Nicht ganz so schaurig wie die ganzen hängenden Knochen Aber immer noch schaurig Ja, vielleicht drei von zehn Punkten Ich sage vier Echt vier? Mhm Ja Du hattest ja auch damals vier Angst, also sagst du jetzt vier Ja, es geht eindeutig runter Ja gut, nachdem er jetzt ein paar Mal runtergesprungen ist Okay, noch eine Todesfalle Ja und keine Fußspuren hier Okay Okay Okay, das ist natürlich genau das, was wir hatten, aber wie muss ich das jetzt benutzen? Ne, das war ja dann hier drauf Das möchte ich untersuchen, das drehen wir einmal um, weil hier... Entsprechend denen auf den Posten Tu hat seinen Leuten erklärt, wie sie die Fallen umgehen Okay, da ist immer der untere Rechte, da sind es drei außer oben links und da die oberen beiden Heißt das... Moment, ah Moment, Moment, fuck Heißt das die anderen sind safe? Der ist aber falsch rum Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich sterben Ne, warte mal, doch Ne Eigentlich ist alles cool Da ist natürlich nicht alles cool, weil das ist die falsche Richtung, weil ich hätte in die andere gehen müssen So, das heißt, hier ist cool Da müsste cool sein So, da unten, das heißt immer da, das bedeutet, hier ist cool Da nicht Okay Hier kann ich auch immer Immer vorsichtig Sagt der Kerl, der jede Mumienbombe hier unten ausgelöst hat Ja, weißt du, ich habe nicht viel Erfahrung mit Mumienbomben, danke Okay, warte mal, ich glaube, hier sind es immer die... Hier müssten die unteren beiden safe sein So, aber bei dem... Der da müsste safe sein Okay, bei dem ist auf jeden Fall der hier safe Jetzt ist mal der obere, das heißt, hier bin ich falsch Warte mal, bei dem ist nur einer nicht safe Das blöde ist, dass es genau der ist, der jetzt hier gerade läuft Ich könnte jetzt da lang... Die drei kann ich benutzen Aber vielleicht reicht mir das auch schon Yay Geschafft Ha Nicht mit mir, Bitch Ich habe mich einmal... Gut, einmal bin ich falsch gelaufen, weil ich dann... War ein bisschen doof, aber nein Oh Ja, sieht so aus Avery hat ja an seinen Feinden gerne ein Exempel statuiert Und er bastelte gerne explodierende Mumien Ja, lass uns hier vorsichtig sein Ich sehe es doch schon wiederkommen Nein Danke Wir haben den Schlüssel nicht vergessen Schlüssel noch Schlüssel Warte, wenn es eine Falle ist Ja, aber ich fürchte, wir haben keine andere Wahl Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl Ja? Dann los Siehst du? Wenigstens wurden wir nicht in Stücke gesprengt Oh, Mist Du hast nicht zufällig ein Messer dabei, oder? Nein Oh, aber der da hat ein Schwert Los, hilf mir Schwung zu holen Oh, oh Komm schon Komm 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 Yeah, wir schaffen es Oh, fuck Ich muss doch noch 2 Was? Niemals Ja, ich bin ja dabei, Mann Aha Ich habe es nicht gekriegt Ah, geht das Achso Ich schneide mich auch noch, natürlich Warum auch nicht? Und Was hier? Los, schnell, schnell Oh Gott, der expliziert ja alles Ach du heilige Scheiße Ach du heilige Scheiße Oh, weia Oh, oh Wer sieht dich? Komm, steck auf Ah 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 Danke Captain Avery Ah Ha Wie in alten Zeiten, hm Ah Elena Elena Hey Hey Elena, komm schon Elena Ah Mein Held Nein, das glaube ich nicht Nein Das ist nicht witzig Oh, du hast doch schon viel Schlimmeres angestellt Mann, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen Oh Lass mal hören Hört sich doch gut an Dir ist klar Dass wir jetzt für alles quitt sind, was ich je angestellt habe, ja? Ja, für alles Nein Nicht mal ansatzweise Mann, du hast überall Dreck Weißt du, dass du eine komische Vorstellung von Romantik hast? Ja Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört Alles gut? Alles gut Alles gut Alles gut Das muss Sam sein Komm Na dann, weiter geht's Das ist halt krass, das ist immer noch Kapitel 19, ne? Ah ne, das ist schon Kapitel 20 Wollen wir grad sagen Vermutlich die von Avery Also würde ich jetzt mal schätzen, dass die halt nicht abgelegt hat Aber das werden wir wohl sehen Die wird wohl auch nicht mehr ablegen Vermutlich Keine Ahnung Hm Wo muss ich hin? Hm Achso, vielleicht sollte ich da weiterlaufen Das könnte vielleicht was bringen Weiß man nicht Scheiße Das ist ein Schiffsfriedhof What the fuck Dann vielleicht doch nicht Avery Schiff Sondern ganz viele von den anderen Kapitänen Vielleicht kommen wir hier Also Avery Schiff kann natürlich immer noch hier sein, aber Hä? Was genau will das Spiel jetzt von mir? Warum, 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 hä? Na gut Machen wir das so Ich hätte einfach nur springen können, aber hey Was soll's Ich glaub bei ihr klappt das nicht so ganz Ja, du musst schon weiterlaufen Oder klettern vielmehr Weil laufen ist ja auch ein bisschen doof, glaub ich Ich hab gar nicht gesehen, wo's Alter, das sieht echt schön aus Schon ziemlich viel Style und Atmosphäre So Irgendwo müssen Mh Mhm Aber wie? Ja, na Scheiße Ich glaub hinter mir ist auch irgendwo einer, kann das sein? Naja, oder auch nicht Ah, meine Deckung ist weg Guck mal her Alter, das ist gar nicht mal Oh, er ist tot So wie zum Thema gar nicht mal so einfach, ne? Oh Gott Töten, 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 töten in Deckung Hi Hi Fuck Mann Scheiße, warum konnte sie ihn nicht töten? Das ist doch doof Ich muss irgendwie zum Streit Yay Wuhuu Ich glaub das ist keine gute Idee gewesen Nein, das war gar keine gute Idee Ich bin tot Das war nicht gut Ich dachte vielleicht kann man hier so richtig geil, aber das war nicht so geil Äh Ich muss irgendwie zum Strand Ich muss den scheiß Scharfschützen töten Okay Oh Gott Immer schön von Deckung zu Deckung Okay, das ist auch nicht so clever eigentlich, aber hey Ich glaub sie kann nicht sterben, hoffe ich zumindest Das wär echt ärgerlich, wenn sie stirbt Könnt ich mir vielleicht die Wachtwerke schnacken, die er hat? Nein, 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 nein Uncool, uncool Warte mal Okay nein 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 und in der kug auf treffer ganz gut nicht So, dein Helm ist schon mal ab. Was machst du jetzt, hä? Weiter auf mich schießen, das finde ich irgendwie nicht cool. Hier. Oh Gott. Oh Gott. Geh doch in Deckung. Hier. Viel Spaß damit. Warum? Wo habe ich das auf einmal her? Was heißt denn hier zurück? Kann ich zu... What the fuck? Ihr seid doch echt kleine Nudeln, ey. Oh oh. Ich glaube, ich habe so ein minimales... Ja, kleines... Oh. Ich bin tot. Ha. Okay. Man, du Arsch, hast mich getroffen, während ich schießen würde. Was soll denn das? Du kleiner Pisser mit deinem blöden Kack-Granatwerfer, ne? Natürlich treffen die mich. Die sind vorzügliche Treffers. Hm. Nein, nein, nein. Ich bleibe lieber hier in Deckung, wo ich sicher bin. Scheiße. What? Never ever war das daneben. Okay, Kopf treffen. Nice. Einen haben wir noch. Scheiße. Oh, fuck, 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 fuck. Okay, ich habe noch Granaten. Hier. Und ich würde sagen, hier auch. Du kriegst einfach direkt zwei, weil ich mag dich. Oh, die zweite hat überhaupt gar nichts gebracht, aber du bist tot. Schwerer sind sie auszuschalten. Scheiße. Okay, da ist so einer. Warte, 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 warte. Sei kein Arschloch. Oh, kleiner Pisser wollte es mich doch töten. Ich habe es doch gesehen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie näher ran, weil von hinten... Geh weg. Alter, kommt schon, stirb. Du kleiner Arsch, ne? Deine verkackten Granate. Hier. Einfach so, das hast du jetzt davon. Ja, Moment, ich muss erst mal Granaten, Munition, alles mitnehmen. Hey, bleib geschmeidig, Mann. Ja. Oh, bleib doch geschmeidig hier. Ich bin doch gerade am... Also hier, weißt du? Ich komme doch schon. Du kleines Arschloch. Hier. Oh Gott. Nein, hier macht niemanden irgendjemanden fertig. Hier, Granate. So, tot. Alles klar. So, du bist down. Alter, kann man irgendjemanden diesen Typen da sagen, der soll aufgehoben? Oh Gott. Woher möchte er nicht hin? Der ist mir zu gefährlich, der Typ. So einen blöden Granatwerfer. Kleiner Arsch. Hier. Scheiße. Vielleicht lässt du das mal festnageln, ha? Oh Gott. Und vier Schuss habe ich mit der Waffe. Das reicht. Oh, Alter, der hat mich voll erwischt. Der kleine Pisser. Ich habe mir kurz neue Waffe. Ich habe jetzt... Ne, doch, ich habe Munition dafür. Das wird jetzt witzig. So, du kleiner Stricher, ey. Unglaublich mit euch, ne? Unglaublich. Warte noch mehr. Woll ich nicht die hier mitnehmen? Ich glaube schon. Ja, die ist jetzt auf den Fernseher. Ich bin so geil. Aber hey. Komm schon, wo seid ihr? Ich weiß, dass ihr irgendwo seid, ihr kleinen Pissner. Ah, Hilfe. Granate. Oh. Noch mal eine Granate. Ich glaube, das war auch nicht gut. Ist er okay? Einigermaßen. Finden wir deinen Bruder. Finden wir ihn, ja. Und der Batterie ist fast leer. Warte mal. Aber das ist kein Problem. Ich bin vorbereitet. Ich muss nur das Kabel in den Controller stecken und schon... Schubs. Und schon geht es weiter. Mit der wilden... Mit der wilden Spaß, ne? Oh, geh mal Muni her. Dankeschön. Hey, hier können wir durch. Oh, Mann. Zum Ende kommen jetzt nochmal die ganze Action raus, ey. Holy Crap. Lassen sich aber auch nicht lumpen mit, ne? Ja. Oh, Gott. Da ist die Antwort. Hilfe. Ach, komm, hier. Granate am Arsch. Hehe. Hier, ich hab noch eine Granate. Viel Spaß damit. Einmal kurz ausweichen. Wieder in Deckung gehen. Noch eine Granate schmeißen. Noch eine Granate schmeißen. Jetzt hab ich leider keine Granaten mehr. Oh, schade. So, du bist down. So, du bist tot. Ich glaub, das war's erstmal. Also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Sieht schon ganz gut aus.